Was geht Leute? Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Wir gucken uns heute mal an, welche Version solltest du kaufen, welche Version sollte Person X, Y, Z kaufen. Ich habe selber noch gar nicht so genau in diese ganzen Boni reingeschaut, deswegen bin ich selber mal gespannt. Ich kenne aber von den Jahren zuvor ungefähr wie es sein wird, deswegen keine Sorge, ich bin an sich im Bilde. Also, aber für dieses Jahr hat es mich ehrlich gesagt noch nicht so sehr interessiert, weil das letzte Jahr sehr viel passiert ist. Die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen, worum es geht. 2K, Alter, 2K. Aber wir gucken mal nach vorne, 2K25. Der Pre-Order ist gelauncht, glaube ich, oder wird die nächsten Tage launchen. Jedenfalls könnt ihr euch jetzt schon überlegen, welche Version ihr möchtet, braucht, wollt, wie auch immer. Ja, und da schauen wir einmal rein. Es gibt 4 unterschiedliche Editionen, wobei 2 Editionen identisch sind, nur das Cover unterscheidet sich. Das sind nämlich die Standard Edition und die WNBA Edition, also die mit Tatum und die mit Aja Wilson drauf. Und dann gibt es die All-Star Edition, wo beide gleichzeitig drauf sind. Und dann gibt es die Hall of Fame Version, wo Vince Carter, der halbvergoldete Vince Carter, drauf ist. Wir fangen mal so an. Es gibt einen Typen, der sich auf jeden Fall eine Version holen muss. Und es gibt einen Typen, der sich auf jeden Fall die andere Version holen muss. Dann gucken wir mal, was es noch so alles dazwischen gibt. Aber ich will jetzt nicht schon spoilern, ihr sollt ja nicht direkt abschalten, deswegen gucken wir uns jetzt erstmal alles an. Also Standard Edition und WNBA Edition sind gleich. Es gibt kein League Pass, es gibt kein Season 1 Pro Pass, es gibt keine extra VC, es gibt keine Skill Boosts für MyCareer, es gibt kein Gatorade, es gibt kein Jersey von Jason Tatum, es gibt kein Skateboard Skin von Jason Tatum, es gibt kein Cover Stars Design Shirt von 2K25, es gibt kein Vince Carter Cover Jersey. Bei diesen zwei Standard Versionen, das werden auch die günstigsten sein, es waren in der Regel so 70 Euro. Für MyTeam gibt es keine 10 MyTeam Player Cards, 3 garantierte 89er, keine Diamond Shoe Cards, keine Takeover Boosts, keine Amethyst Code Card. Vorbesteller Bonus wird es allerdings geben, wenn du vorbestellst, 5000 VC. Für alle, die nicht wissen, wie viel 5000 VC sind, umgerechnet, lass mich ganz kurz nachgucken im Game, weil ich habe es hier nebenbei gerade offen. Ich spiele nicht, aber ich habe es an, 5000 VC sind 1,99 Euro. Also, es ist wirklich lächerlich, da muss ich mir das Lachen wirklich verkneifen. Es gibt aber allerdings noch einen Trendsetter Reward, da sind drei Sternchen dahinter, die ich mir jetzt nicht durchlesen werde, aber das gehört dann wahrscheinlich auch zum Vorbesteller Bonus dazu. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich da falsch liege. Also, es sind dann 15.000 VC auf beiden Seiten. 15.000 VC, man könnte es jetzt umrechnen in 5000 mal 3, also 2 Euro mal 3 sind 6 Euro. Es sind, dadurch, dass das alles dann immer so ein bisschen günstiger wird, sind ungefähr 5 Euro. Also, im Shop, wenn du jetzt die VC kaufen würdest, 15.000 VC sind 4,99, also 5 Euro, ja. Hatte ich richtig im Kopf. Da gibt es dann ein Green Animation, MyCareer, Double XP Coin für 2 Stunden, Cosmeticist Set vom Trendsetter, Thema, Ruby, Jason, Tate, ein Player Card für MyTeam-Spieler, dreimal MyTeam-Promo-Packs, was auch immer da dann drin sein wird. Das sind wahrscheinlich höchstens Amethysts und zweimal MyTeam, ne, einmal MyTeam-XP Coin für 2 Stunden auch. Also, du musst schon vorbestellen, damit du da deinen Bonus bekommst. Jetzt will ich doch mal lesen, was dieses dreifache Sternchen ist. Trendsetter Bonus Offer is available on purchases of any edition of NBA 2K25 through October 17th. Trendsetter Bonus Content will be available to redeem via the Season Pass page in-game and must be redeemed by October 17th. Okay. Klingt wie eine Sache, die du nur bekommst, wenn du einen Season Pass kaufst. Oh Mann, ey. Das ist 2K. Das ist 2K. Du musst dich in den Spaß reinkaufen. Das ist das größte 2K-Ding, das es überhaupt gibt. Okay, äh, das sind die Standard-Versionen, also man, ey, ganz ehrlich, das ist nix. Aber diese Version empfehle ich für alle Leute, die neu ins Spiel einsteigen oder die keinen Bock mehr haben, 2K unnötig Geld in den Rachen zu schieben. Wirklich. Wenn das dein erstes 2K ist, hol dir diese Version. Gib's lieber 70 als 150 Euro aus oder als 100 Euro. Also, ähm, du kannst, wenn du Bonus-Inhalte willst, immer noch VC nachkaufen, ne, dann deine Bonus-Inhalte, deine Cosmetics oder deine My-Team-Packs selber kaufen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal die All-Star-Edition an. All-Star-Edition gibt auch keinen Leak-Pass, gibt auch keinen Season-One-Pro-Pass. Gibt allerdings 100.000 VC. Das ist in My-Team-Sprache quasi eine 10er-Box, also 10 Packs von einer Promo. Das ist erst mal ganz cool, aber wir kennen alle die Pack-Wahrscheinlichkeiten und aus 10 Packs. 10 Packs sind innerhalb von 2 Minuten weggezogen, wenn man es schnell macht oder auch wenn man es langsam macht, wie auch immer. Und wenn du Pech hast, ist da nix dran. Wenn du Glück hast, ist da der Lotto-Gewinn drin, zumindest für die eine, zwei Wochen, wo das aktuell ist. Aber 10 Packs, das ist gar nichts. Du bekommst 150, für jetzt My-Career, 150 Skill-Boosts. Das sind diesen 25 Games, gültig oder für 25 Games. 75 mal Gatorade-Boosts. Ich kenne mich bei My-Career halt gar nicht aus. Ich lese hier einfach wirklich nur ab. Jason Tatum-Cover-Jersey. Das sind kosmetische Sachen. Jason Tatum-Skateboard-Skin ist da mit dabei. 2K-Cover-Star-Design-T-Shirt ist mit dabei. Kein Vince Carter-Cover-Jersey. Okay. Das ist eine echte Enttäuschung. Für My-Team ist dabei. 10 My-Team-Player-Cards, 3 davon über 89. Oder sind 89, das ist mit dabei. Man bekommt die Diamond-Schoes, man bekommt die 3 Takeover-Boosts und man bekommt den Amethyst-Coach. Man bekommt auch für die Pre-Order 5000 VC und dann auch alle Boni mit dabei, die wir eben schon bei den Trendsettern genannt haben. Okay. Diese Version ist schwer zu sagen, wer sich diese Version kaufen sollte. Ich würde sagen, diese Version sollten sich Leute kaufen, die das mit 2K wirklich auch ernst meinen, aber die jetzt nicht die größten NBA-Fansen oder die die NBA nicht so live reinziehen und so weiter. Also Leute wie jetzt zum Beispiel ich, wenn ich jetzt die NBA-2K-Version, die 150-Euro-Version nicht von 2K die letzten Jahre bekommen hätte, dann hätte ich mir entweder die Standard-Edition oder die All-Star-Version geholt, weil du hast den VC-Bonus mit dabei, der auch bei der Hall-of-Fame-Edition dabei ist. Du hast die MyCareer und die MyTeam-Boosts mit dabei und du hast alles, was bei der Standard-Edition auch dabei ist. Für 30 Euro mehr und 100.000 VC, wenn man es umrechnet, sind jetzt ungefähr 20, 25 Euro und dann hast du noch andere Boni dazu, die man auch ein bisschen in Geld ausrechnen könnte und dann kommst du auf 30 Euro ungefähr raus und dann ist das fair. Ja, NBA schaffe ich nicht zu verfolgen, weil ich morgens früh raus muss. Ich zocke viel, ich habe gar keine Zeit und gar keine Lust, mir dann noch irgendwelche Sachen anzugucken, wenn ich NBA verfolge, dann über die Highlights oder über Social Media. Deswegen League Pass für mich unnötig. League Pass alleine ist aber auch schon ein Punkt, über den wir gleich sprechen werden und deswegen gehen wir mal schnell rüber zu der Hall-of-Fame-Version mit Vince Carter drauf. Wir haben hier den 12 Monate League Pass dabei und einen Season 1 Pro Pass. Wir zahlen für diese Version jetzt im Vergleich zu der 70 Euro Version den doppelten Preis quasi, also sogar ein bisschen mehr, 150 Euro statt 70 Euro. Der League Pass alleine kostet wahrscheinlich 100 bis 150 Euro, wenn nicht sogar mehr und der Season 1 Pro Pass, der kostet auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob sie die Preise anheben werden, 10 Euro und die VC, die du dazu bekommst, die kosten, wie gesagt, auch nochmal so 20 Euro und die anderen Ingame-Boosts, die ich eben schon genannt habe, die haben auch irgendwie noch ihren Wert, sodass du, ja, du kommst auf einen ganz schönen Wert. Wenn du wirklich die NBA verfolgst und da die Spiele live sehen willst oder du willst am nächsten Tag das Re-Live sehen, ohne die Timeouts, rausgekattete Timeouts, was auch immer, dann ist die Hall of Fame Edition tatsächlich für dich die Version, die du dir holen solltest, weil du hast den League Pass für den Preis, den der sowieso kostet, plus das Spiel mit den Bonus-Inhalten, die auch ihren Wert haben. Das Spiel alleine ja mal mindestens 70 Euro, weil das kostet es ja sowieso und dann hast du quasi noch 80 Euro für den League Pass und die Bonus-Inhalte bezahlt und ich finde, auch wenn ich jetzt sage, ich brauche es nicht, das ist schon, wenn man echter NBA-Fern ist und guckt, das ist schon ein Schnäppchen. Das muss man sich dann eigentlich so holen. Und deswegen, also es gibt drei unterschiedliche Versionen, es gibt drei unterschiedliche Leute, die sich die Version dann dementsprechend kaufen sollten. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Also das, was wir gerade besprochen haben, Hall of Fame Edition, sollte sich jeder NBA-Freak holen, der sowieso die NBA guckt, die NBA verfolgt, auch NBA 2K viel spielt und am Anfang von den Bonus-Inhalten profitieren möchte. Da lohnt es sich schon alleine wegen dem League Pass. Die All-Star Edition ist so für Leute wie mich, die die NBA nicht verfolgen können, aus was für Gründen auch immer, zeitliche Gründe oder sich vielleicht auch einfach gar nicht so sehr dafür interessieren oder einfach nur 2K zocken wollen, aber du willst die Bonus-Inhalte haben, dann ist die 100-Euro-Version für dich das Richtige und die 70-Euro-Version ist für eine Person ganz besonders die Richtige, nämlich alle Neueinsteiger, alle Leute, die das Spiel sich jetzt holen und dann, wenn FIFA in einem Monat oder anderthalb Monat später rauskommt, dann eh zu FIFA rüber wechseln. Oder Leute, die generell, so war ich nie, aber ich habe Freunde, die zum Beispiel so waren, die holen sich alle 2-3 Monate ein anderes Spiel und zocken das dann und dann liegt das Spiel, was man vorher gekauft hat in der Ecke, auch für diese Leute, die billigste Version bitte oder die günstigste Version bitte holen, nicht die teuren Versionen holen. Das wäre an eurer Stelle wirklich Geldverschwendung. Und die zweite Person, die sich diese Standard-Edition holen sollte, ist einfach, sind Leute, die den Scheiß, den 2K mit der Kohle abzieht, nicht mehr supporten wollen. Dazu muss man dann aber auch konsequent sein, dann darf man sich über das Jahr auch keine VC kaufen, weil sonst hätte man sich auch im Vorhinein die Bonus-Inhalte holen können. Das ist generell schwierig. Bei uns in der 2K-Community haben wir viel so, ja, Heuchlerei. Aber, ja, muss jeder für sich selber wissen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen bei der Kaufentscheidung. Wenn ihr PSN-Guthaben braucht, dann guckt mal in meine Videobeschreibung. Ich habe einen Instant-Gaming-Link. Die haben super unschlagbare Preise, also teilweise minus 18% auf PSN-Guthaben und ich bekomme 3% vom Kaufpreis. Damit supportet ihr den Kanal. Ja, Mann. Ich hoffe, ihr habt ein gutes 2K-Jahr. Ich hoffe wirklich, das Spiel wird akzeptabel. Das, was bei myTeam passiert ist über das Jahr. Wenn ihr neu dabei seid, guckt euch mal auf dem Kanal um diese ganzen Rant- und Realtalk-Videos. Ah, Mann, ey. Das darf dieses Jahr nicht nochmal passieren, sonst ist 2K wirklich tot. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.